Hallo, ich bin Geowölfe. Ich bin für einige Tage in Kalavivari unterwegs. Ich sende herzliche Grüße an alle meine Geocaching-Freunde in Deutschland und in Nah und Fern. Ich habe hier ganz tolle Caches entdeckt und ganz tolle Leute getroffen. Ich kann allen nur empfehlen, auf den Weg rauszukommen. Love Geocaching!